Willkommen zurück und ihr seht direkter Anschluss. Einfach weiter geht's. Da wollte ich auch noch mal was nachgucken. Jetzt haben wir wieder eine knappe Stunde Zeit. Dann wird das wohl was werden mit den Herausforderungen hier. Also wirklich so ein kleiner Alligator, das wäre jetzt noch top. Ja, sieht aber auch nicht so aus. Oh, das ist ein kleiner. Der reicht. Ja, zwei Stück noch. Da könnten wir Glück haben. Das erledigt sich ja eigentlich von alleine. Dann schaffe ich es ja doch noch. Ich hätte gedacht, das wird dort nichts. So, ab nach Hause. Und dann noch mal nach Rhodes. Jetzt ist es ja eh egal. Na, nicht sitzen. Auf nach Rhodes. Ich wollte mir ja noch ein neues Pferd kaufen. Aber, was nehme ich da? Was nehme ich da? Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Was ist ein gutes Pferd? So gibt's dann eigentlich weitere. Oh. Ach, da hat's ja auch noch Pullen gegeben. Ah, ne. Die haben keinen. Oh. Sind wir mutig? Jawoll. Ha! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da läuft auch nichts Vielleicht nicht sie, madame Das gibt ja nicht nur Kohle, das gibt ja richtige Punkte Also ich denke überall wo man eh zu viel von hat, kann man mich verschnacken Was ist das so oft genug? Ich paye mehr für das ganze Set, you know Done Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel kann man davon mitnehmen Von ein und derselben Sorte Ich glaube nicht mehr als neun oder so Und das wäre ärgerlich Aber was findet uns nicht nehmen kann Bis ich da den ganzen Satz zusammen habe Es dauert sowieso Huh, I confess I underestimated you Hmm, not a bad find Quite mundane, but I will take it Charming but commonplace So, dann kommen wir noch die Karten nach Welcome then and happy hunting I know you will be lucky with this Good luck then I am sure this will be a most productive partnership You could not wear to part with that Hmm, well, I need it Ja, wenn ich aufgepasst habe, fehlt uns ja nur noch eine Herausforderung, oder? Ja Was haben wir denn allgemein noch? Na gut, das geht halt nicht, ne? Oh, was bietet sich ja an hier, oder? Ach, für die da Mäuse ist das gegen die Chi Ja, dann holen wir uns doch nochmal die Schnapsflasche da hinten Aha, schwarz gebrannter fertig Und da seht ihr schon Alle rollen Herausforderungen auch durch Brandy Was steht denn da noch? Ah Ich bin ein Gin Was war da denn? Man stellt doch auch nix in den Weg, oder? Ja Uhrzeit Ich sag mal so, dann können wir auch noch eine Wagenladung wegfahren, oder? Auch wenn das heute nix mehr bringt hier Also klar, Geld bringt's, aber für die Herausforderung bringt's nix Wie schon wieder eine Versorgung erforderlich? Wie schon wieder eine Versorgung erforderlich? So, jetzt wollen wir richtig abgrasen hier Willkommen, 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 Willkommen. We have an important delivery today. The buyer might not look sophisticated, but they have orders the very best we have to offer! Please, treat them with respect! We want them to come back. Drive carefully. No theatrics. Pas d'accident, je vous en conjure. Kino-Kamera schalten. Nix für ihn. Die Kino-Kamera finde ich super. Einfach nur noch. Daumen auf die Kino-Kamera. Auf X und los geht's hier. War nicht wieder von so einem... Sonntagsreiter hier geprimst wird. So auf Auti Pilot macht das Spaß. Das war ganz ehrlich mit einer Gucci oder mit dem Wagen fahren. Also auch nicht so meins. Da ist unsere Kontrolle. Die sind nicht so freundlich. Die hörte schon, ne? Bin ich mal gespannt. Ja. Meist haben wir ja Glück. Guckt er ja nicht so genau. Auf. Ja. Ich haue schon ab hier. Also freundlich geht anders, ne? Das Wetter ist ja hier im Spiel wie bei uns hier gestern. Das ist bei uns aber richtig ordentlich dabei noch Gewitter gegeben hat. Und Regen ohne Ende. Und Regen ohne Ende. So. Jetzt sind wir hier mal ein bisschen Fuß vom Gas. Dann. Die Kohle auch schon fast verdient hier. Und wieder richtig Lack. Und wieder richtig Lack. Ja. Gut. Dann. Auf ins Lager. Wie guter nicht. Ist hier in der Nähe von Gegnern kein Lager ausschlagen. Oh, das sind Wachteln oder so. Ich hab nicht genau hingeguckt. Die kann man ja so in die Tasche packen. Kann man ja immer gebrauchen. So. Schnell zurück. Die Sachen bestellen. Ach, wir geben auch noch ein bisschen was ab hier. Ja. Das ist ja auch schon los. Jetzt checken wir hier mal eben noch die Farm. Geht does das. Das funktioniert doch irgendwie so. Und Swar También gibt hier, ja. Da trägt nix Schaut auch nix zu sein Auch nicht Wieder ein bisschen was für n' Hehler Wird wieder hier nie raus Und ein paar Flinzchen sammeln hier. Pissen. Warten wir hier nochmal eben die üblichen verdächtigen Stellen ab. Oh, noch Glück gar nicht. Okay. 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 Das ist noch nix. Ja dann. Auch schon wieder über 20 Minuten. Ja dann würde ich mal sagen, auf die anderen Aufgaben bzw. Herausforderungen drauf. Punkt, Punkt, Punkt. Ist halt so. Aber neun Rollenaufgaben für heute erledigt. Ordentlich XP gesammelt. Gold haben wir auch satt. Dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert den Kanal. Lasst mir ein Like da. Bitte gebt mir doch mal etwas Feedback in den Kommentaren. Mal gucken, steht hier irgendwo ein Elch oder so. Den würde ich natürlich noch mitnehmen. Da ist er. Bei den könnte ich ja auch nochmal eben betäuben. Dich hat man ja nicht so oft. Ja soviel zu, ich mach Schluss. Ich hatte gehofft, der bleibt hier eng. Oh. Ja, das lassen. Kann man sich nicht entgehen lassen hier. Das kriegt man ja nicht alle Tage. So. Sind wir nett. Sind wir heute flott. So, jetzt aber nochmal. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert den Kanal. Lasst mir doch bitte ein Like da. Und gebt mir mal ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. My father and son. Play. For fun.